da lebe ich du bist ein leck mich ich bin ein idiot oh nein wie geil sehe ich denn aus ja wie lustig wie ein idiot ich bin eine eisenbahn nein vorsicht oh nein wie geil das heißt eigentlich sauerstoff unendlich oder soll ich denn nicht an ne es braucht keinen sauerstoff anscheinend vorsicht jetzt fahr rüber alter alter hol ne 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 ey das ist aber geil dass sie jetzt auch sprechen ich find das hammer soll ich rein? ja mach mal weil ich war hier vorher packt immer so hoch und runter eben und dann war ich wieder hinter dem fahrzeug pack 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 spack das ding zum spawn äh 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 mach mal jaaa jaaa übertreib es ist mit denen verkehrt geworden bei der installation von diesen fahrzeugen also nicht äh ich weiß nicht wo lang ne ich weiß nicht wo lang ja vielleicht ist in suche geben wie geil ja hier ich will aber nicht aufsteigen kommento kommt hoch oder nicht ich weiß nicht ich fahr das ding noch einfach ran so äh äh geht nicht äh bringt's da ok oder war das hinten rum stimmt warum sagst du mir nicht dass ich so geil aussehe weil du behindert aussiehst deswegen ok da scheinbar nicht hier scheint es zu sein wir sind einfach nur da wo wir vorher waren joh joh lup äh 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 welchen nehm ich denn ich nehm die ok spring mit einem behitel über den riss dann ist der weg nach konkordia frei ich muss erst waffe außer 6 ui missionswaffe ja wir nicht wer brauchte man identität oder freien sind mir geht's blenden ök äh ähm geh weg okay zweimal diegleichen sind das wie sind zweimal diegleichen schilde doch im vergangen mit shock nova ich glaube ich sogar ausrüsten verbraucht seine munition ist kacke die behalte ich geschüttelt marcus munition dass der noch lebt marcus muss schon wieso noch das immer noch ja ich bin auch verwirren das ball ist drei für mich wie gesagt das läuft dazwischen das ist einfach nur eine geschichte die erzählt wird naja wir hätten unten angehen müssen ja erreiche den wachraum nein ich sehe so geil aus nicht doch so muss jetzt hier lang oder was eigentlich nicht ich war schon müssen wir im kreis fahren angeblich ist es da ich guck mal in karte das ist ganz hinten ist es da ja da ist es war es jetzt richtig da lang ja da nicht zwischen da suche oder lenker käden richtig jetzt sind glas neues land oder wie waren wir ja schon mal oder nein wir fliegen dagegen kommen wir jetzt aus onnääh menschen wahrscheinlich laufen jetzt ja ich sag ja hol dir ein eigenes auto ich kann nämlich mitfahren du sagst ich kann es wieder nicht mitfahren nova kein problem ich will gar nicht selber fahren das war mir klar und faul faul zu fahren ich muss jede waffen art wechseln ach du scheiße jetzt weiß ich warum das auch da ist alter ja jetzt ab ab ich darf mal ich will sagen nach 12 minuten noch ja 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 die zeit vergeht vor allem auch ne nach geht später muss denn wache 8 uhr gleich ich habe überraschung vielleicht aber es gibt spiel damit spiele das spiel mit dem krokodil boah nervt ich habe ein radio hinter mir ja hast du mir egal nein nein ist er weg tut mir nicht leid hm ich bringe zu behindern muss das nicht sein alter machst du das kannst du mir bitte aufhelfen sind los ja ja was machst du was drücken ja das merke ich ja 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 dagegen noch schon also das passwort lautet ja gut vielleicht hätte ich mein passwort nicht im safe aufbewahren soll ja ist dann wieder zurück ist klar auch wieder so eine laufmission schön bisschen mal richtig schnetzeln vielleicht ist das noch für den anfang kann auch sein schnell ein auto spawn schnälel tschüss du kleiner wichser komm was vor dir dein eigenes na du arsch hallo ich glaube ich war noch zu nah dran ja recht gehabt pech 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 ok was wäre eine eleganze wieder drüber geflogen all right